einen schönen guten abend wünsche ich ich habe ja versprochen euch ein unboxing video herzustellen und zwar geht es bei diesem video um das fairphone ein fair gehandeltes bzw auch fair produziertes smartphone das ist heute bei mir eingedrudelt eigentlich sollte es gestern schon kommen ich war aber auf der arbeit und bei dls konnte ich es dann online entsprechend umrouten so dass es mir heute auf die arbeit geliefert wurde jetzt liegt es also vor mir in diesem kleinen pappkarton der ist ziemlich leicht ja und ich mache den jetzt mal auf oben drüber etwas cello green aircrushions einfach nur etwas dämmschutz und da liegt dann auch ein kleiner kasten drin ein kleiner pappkarton hier ist das smartphone drin ich schaue mal gerade noch auf das blatt papier was dort ist lieferbestätigung sein oder ähnliches genau da stehen die details drauf ist jetzt weniger interessant das haben wir alles weg und dann öffnen wir jetzt mal hier das päckchen made this is your phone amsterdam the netherlands bisschen bildchen noch drauf was ist das democratic republic of kongo und made in china hoffen wir dass es dort auch unter fairen arbeitsbedingungen produziert wurde